Liebe LEGO-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Aktuell gibt es mal wieder jede Menge neue 2024er-Leaks, die wir uns jetzt hier anschauen wollen. Bevor es losgeht, sei mir noch ein Hinweis auf meinen WhatsApp-Kanal erlaubt. Diesen könnt ihr kostenfrei und anonym abonnieren, folgt dazu einfach dem Link in der Videobeschreibung. Ihr erhaltet dann jedes Mal eine Benachrichtigung auf euer Handy, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe oder auch mal, wenn es andere interessante Sachen zu berichten gibt. Los geht's mit einem LEGO Art-Set, die 31211. Das sind nämlich Ara-Papageien. Das ist wie immer ein 18-Plus-Set, besteht aus 644 Teilen und wird ab dem 1. Januar 2024 für 49,99 Euro erhältlich sein. Wie wir das in der letzten Zeit schon öfter hatten, ist es auch hier wieder so, dass das kein Mosaik-Set ist, sondern eher etwas anderes, sage ich mal. Wir haben hier nämlich einmal einen Ara, der auf einem gebauten Ast sitzt und dann noch einer in so einer Flugpose. Und beide kann man dann auch unabhängig voneinander an der Wand aufhängen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das extrem cool. Also für Leute, die sich damit ihre Wohnung einrichten wollen, meinen persönlichen Geschmack trifft es jetzt nicht unbedingt, zumindest was die Inneneinrichtung angeht. Aber so an sich die Idee finde ich wirklich sehr, sehr cool und freue mich hier für alle, die sich das dann auch zu Hause hinhängen wollen. Weiter geht es mit dem nächsten LEGO Ideas-Set, das erscheinen wird. Das ist die 21-345, die Polaroid One-Step 5X70 Kamera, auch das wieder ein 18-Plus-Set, bestehend aus 516 Teilen zu einem Preis von voraussichtlich 80 Euro, was ziemlich hoch ist, wenn das hier wirklich nur 516 Teile hat. Erscheinen wird das Ganze aber auch hier wieder am 1. Januar 2024. Was haben wir hier drin in dem Set? Natürlich einmal die Kamera, dann gibt es drei Fotos, auf dem einen ist lustigerweise auch der Erfinder der Polaroids drauf. Und dann haben wir noch so eine kleine Schachtel, ich nehme mal an, das ist so eine Art Etui, wo dann die Fotorohlinge drin waren. Die werden ja normalerweise in die Kamera eingelegt, dann fotografiert man und dann werden sie dort auch direkt ausgedruckt. Und soweit ich das gehört habe, soll das hier auch in diesem Set der Fall sein, dass man das so ein bisschen nachspielen kann. Klar, die Fotos sind von Anfang an schon bedruckt, also so ein richtiges Bedrucken wird es hier natürlich nicht geben. Aber man kann die Fotos eben in die Kamera einlegen, drückt dann auf den Auslöser und die Fotos sollen dann vorne auch wieder ausgespuckt werden. Ich bin mal gespannt, wie das dann in der Realität aussehen wird. Aber das könnte hier theoretisch auch ein Grund sein, warum der Preis hier so hoch angesetzt ist. Vielleicht ist da im Inneren noch irgendwie eine versteckte technische Funktion, die wir jetzt hier von diesem ersten Boxbild noch nicht sehen können. Dann habe ich noch was für alle Ninjago-Fans, den 71.812 Kai's Ninja Climbing Mac, also den Ninja Kletter Mac. Der besteht aus 623 Teilen und wird hierzulande 70 Euro kosten. Er scheint allerdings erst am 1. März. Enthalten sind als Minifiguren Kai, J. Wildfire und zwei Wolfkrieger. Und das Lustige hieran ist, dass sich Lego hier vertan hat. Dieses Bild war nämlich beim Pressematerial, beziehungsweise bei dem Material, was Händlern zur Verfügung gestellt wird, bei einem Kai Mac-Set, was eigentlich schon im Januar erscheint. Das ist auch ein roter Mac und Lego hat sich da offenbar bei den roten Macs vertan und eben dieses März-Set hier mit in das Material für das Januar-Set reingetan. So schlecht sieht er auf den ersten Blick gar nicht mal aus, möchte ich sagen, auch wenn ich die 70 Euro hier noch nicht ganz erkennen kann. Dafür wirkt er mir ein bisschen dirr. Vielleicht ist irgendwie noch ein zweiter Mac für die Bösen mit dabei. Aber ansonsten so rein vom Optischen her gefällt er mir ganz gut. Wir haben auf dem Rücken dann auch noch so zwei Klauen und auch noch so ein kleines Seil, was da wohl irgendwie eine Rolle spielt, wo sich Kai dann eben mit seinem Kletter-Mac auch nach oben bewegen kann, nach oben klettern kann. Und vorne dann die ganz normalen Arme hat er natürlich auch noch. Und da kommen wir zu dem, was mich hier am meisten interessiert, nämlich die neuen Lego Marvel-Sets, die im Januar erscheinen sollen. Und dann fangen wir mal an mit der 76-276, das ist der Venom-Mac Armor vs. Miles Morales. Und genau das ist hier eigentlich auch in diesem Set enthalten. Das Ganze besteht aus 134 Teilen und wird 15 Euro kosten und enthält eben einmal so einen großen, naja eigentlich so einen kleinen, eher kleinen Venom-Mac. Das ist dieselbe Größe, wie wir zum Beispiel auch bei Star Wars haben, nur dass hier irgendwie zwei Figuren drin sind und es ein paar Euro weniger kostet. Aber okay, ich glaube über die Preisgestaltung bei Lego brauchen wir nicht mehr diskutieren. Ich finde aber der Mac gerade auch wegen seiner weißen Klauen, also das sieht schon ziemlich cool aus. Venom dürfte eigentlich dieselbe Figur sein, die wir bisher immer hatten. Und Miles Morales hängt dann da endlich mal auch wieder mit diesem Spinnenseil dran, beziehungsweise Spinnenfaden dann vielleicht eher. Das habe ich schmerzlich vermisst bei den letzten Spider-Man-Sets, das gibt es ja also endlich mal wieder. Ist ein nettes, kleines Set und ich denke mal als Mitbringsel für Spider-Man-Fans auch ganz okay. Gerade auch jetzt durch das neue Videospiel, wo ja auch Venom auftauchte und Miles Morales, also das passt schon. Dann haben wir noch einen Mac, die 76277, das ist der War Machine Mac, besteht aus 154 Teilen und wird wohl auch 15 Euro kosten. Auch hier wieder der 1. Januar, das Veröffentlichungsdatum und das ist eben auch wieder ein weiterer dieser unzähligen mittlerweile Marvel Macs. Und ich finde, ja, sieht ganz nett aus. Also klar, War Machine typisch eben diese große Wumme auf der Schulter und dann an beiden Handgelenken auch noch irgendwas. Ich finde, War Machine ist neben Iron Man eigentlich auch einer der einzigen Charaktere, wo sich so ein Mac in-Universe, sag ich mal, wirklich lohnt. Also die haben ja eh schon so eine Roboter-Rüstung an, also da fehlt nicht mehr viel bis zum Mac. Bei Venom ist es eher befremdlich, wenn der als überaus kräftige Kreatur jetzt noch so einen Roboter bedient. Aber bei War Machine passt das dann auf jeden Fall auch. Dann schauen wir uns das nächste Set an, das ist die 76278 Rocket Raccoons Warbird, bestehend aus 290 Teilen zu einem Preis von 38 Euro. Zwei Minifiguren sind hier enthalten, natürlich einmal Rocket Raccoon und dann auch noch Ronan the Accuser. Ronan zumindest ist auf jeden Fall eine neue Figur, bei Rocket sieht man es hier nicht so ganz genau, aber ich nehme mal an, der wird auch einen neuen Torso-Druck und so weiter haben. Das Raumschiff an sich finde ich ziemlich klein geraten. Also ich glaube im Film, das basiert ja auf dem ersten Guardians of the Galaxy, war das deutlich größer, bilde ich mir zumindest ein. Also das war nicht so ein Ein-Mann-Jäger. Aber ansonsten hat man natürlich auch hier wieder viel Feuerpower, zwei große Wummen oben auf den Flügeln und dann nochmal zwei unten drunter. Also ich denke Kinder können damit schon ihre Freude haben für mich. Als Sammler jetzt ist das jetzt nicht unbedingt das Set, was man sich vielleicht ausstellen will. Aber sicherlich wird es auch der ein oder andere wegen den Figuren dann eben kaufen. Dann haben wir noch ein Set, das 76279 Spider-Man Car. Das besteht aus 227 Teilen und wird 30 Euro kosten. Hier haben wir drei Figuren dabei. Einmal Gwen Stacy als Spider-Man, also Ghost Spider hieß sie dann glaube ich, beziehungsweise auch Spider-Gwen. Die ist auf jeden Fall dabei. Spider-Man, der Originale, der sitzt in seinem Auto hier drin. Das irgendwie sehr, sehr 4 Plus mäßig aussieht. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sich das ja eher an jüngere Kinder richtet. Und dann haben wir aber noch eine sehr coole Figur im Hintergrund. Das ist nämlich einmal der Venomized Green Goblin. Also der Green Goblin, der mit Venom infiziert ist. Und sowas hatten wir ja glaube ich schon zweimal mit Iron Man, wo dann so die Rüstung halb schwarz eben auch von Venom verschlungen war. Oder es gibt ja auch diese große Baufigur vom Venomized Groot. Und hier haben wir jetzt eben den Green Goblin als Venomized Version in einer Minifiguren Variante. Und der hat auch so einen schwarzen Gleiter. Und ich finde, das ist schon wieder so absurd, dass es irgendwie auch wieder cool ist. Und ich nehme an, sehr viele Leute werden sich dieses Set auch genau wegen dieser Figur hier kaufen. Das ist nämlich auch nicht die einzige Variante, die es hier in dieser Setwelle geben wird. Genau dasselbe haben wir nämlich auch im Set 76275 Motorcycle Chase Spider-Man vs. Doc Ock. Das Ganze besteht aus 77 Teilen und wird wohl 10 Euro kosten. Und ihr seht, wir haben auch hier wieder eine Venomized Figur drin. Dieses Mal aber Doc Ock. Und der hat hier keinen schwarzen Gleiter, aber zumindest schwarze Oktopusarme auf seinem Rücken, die auch irgendwie anders gebaut sind. Das sind, glaube ich, diese Exo-Force-Arme, die da vorne dran sind und nicht diese typische Bauweise, die wir bisher immer hatten. Auch im Gesicht sieht man Venom so ein bisschen. Also das ist wirklich eine coole Idee, finde ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt so in den Comics unbedingt vorkam, dass da alle Charaktere irgendwann mal von Venom befallen waren. Aber es gibt so viele Comics, bestimmt war es irgendwo der Fall. Aber hier auch so eine kleine Reihe zu machen und die Schurken alle mit Venom zu infizieren, gerade wenn sie eben auch was mit Spider-Man zu tun haben, finde ich, ist schon eine coole Sache. Spider-Man haben wir hier dabei auch auf so einem kleinen Motorrad, das ist natürlich vernachlässigbar. Und im Hintergrund dann auch noch so eine Straßenlaterne mit einer Mülltonne. Aber ganz klar, hier geht es wirklich wahrscheinlich den meisten Käufern dann auch um diese Venomized Doc Ock Figur. Und die sieht gut aus, meiner Meinung nach. Dann kommen wir als nächstes zu einem Set, das sicherlich sehr viele Leute auch schon seit langem erwarten. Die 76-280 Spider-Man vs. Sandman Final Battle. Das Ganze besteht aus 347 Teilen und wird 38 Euro kosten. Das ist ganz schön happig, finde ich, ehrlich gesagt. Wir haben hier allerdings auch wieder vier Charaktere drin. Nicht vier Minifiguren, aber vier Charaktere. Wir haben einmal den Tom Holland Spider-Man in seinem schwarz-rot-goldenen Anzug. Wir haben Electro in einer leicht anderen Variante als dem großen No Way Home Set. Wir haben einmal, das allererste Mal in Lego-Form dabei, Lizard und dann noch einen großen baubaren Sandman. Und das Besondere hier an diesem Set ist eben, dass sich das mit dem großen Spider-Man Set, was ja im August erschienen ist, für 105 Euro auch kombinieren lässt. Beziehungsweise man kann es auch einfach nur daneben stellen. Das Ganze ist nämlich auch wieder auf so einer schwarzen, runden Basis errichtet. Da ist dann einmal der Oberkörper von Sandman drin, der dann die Größe von diesen baubaren Marvel-Charakteren hat. Er hat auch das gleiche Gesicht-Teil, dann eben nur anders bedruckt, hier in dieser Sandman-Form dann eben. Es gibt nochmal so ein kleines Gerüst, was es auch schon beim großen Set gab. Und auch nochmal eines dieser Portale, wo dann eben auch Lizard rauskommt. Um die beiden Sets zu kombinieren, muss man jetzt zwei Sachen machen. Einmal nimmt man beim größeren Set den oberen Teil des Kopfes der Freiheitsnatur ab. Und darin setzt man dann den Sandman-Oberkörper ein. Und ja, das war es dann eigentlich schon. Also viele Teile, die hier übrig bleiben von dem kleinen Set, die da jetzt nicht unbedingt Verwendung finden. Klar, man kann es wahrscheinlich irgendwie trotzdem noch dran bauen. Aber die Anleitung sieht das jetzt hier offenbar erstmal nicht vor. Es gibt ja einige Sachen leider, die mir an diesem Set nicht so gut gefallen. Das ist hauptsächlich eigentlich Lizard. Den hätte ich mir irgendwie größer vorgestellt. Also der ist ja schon bestimmt so drei, vier Meter groß im Film. Hier ist er jetzt als ganz normale Minifigur dargestellt. Und dadurch, dass er eben auch so ein Schwanzteil hat, das ja zwischen Bein und Torso angebracht wird, ist da auf der Vorderseite der Bauchdruck unterbrochen. Also das sieht ganz komisch aus. Du hast oben auf dem Torso den Bauchdruck. Dann kommt einmal dieses Schwanzteil, das das unterbricht. Und dann praktisch das Gürtelteil ist dann wieder bedruckt. Also das ist schon schade, dass man das hier nicht irgendwie anders hätte lösen können. Und dann ist hier natürlich auch die Frage, hätte es hierfür wirklich noch ein zweites Set gebraucht. Also wir bezahlen jetzt hierfür nochmal 38 Euro, haben bei dem großen Set eventuell schon 105 Euro bezahlt, wenn man es nicht im Angebot gekauft hat. Und letztendlich, was man hier machen kann, ist eigentlich nur diesen halben Sandman oben reinsetzen. Spider-Man und Electro hat man ja schon mit dem großen Set und Lizard kommt dann halt noch als neue Figur dazu. Also wirklich neu und brauchbar, sage ich mal, unterm Strich sind hier nur Sandman und Lizard. Und dafür nochmal 38 Euro, obwohl man bei dem anderen Set schon 105 bezahlt hat. Und das irgendwie dann auch dadurch, dass diese beiden Charaktere hier fehlten, unfertig wirkte. Weiß ich nicht, finde ich nicht so gut. Also meiner Meinung nach hätten die beiden einfach bei dem großen Set mit inkludiert sein müssen. So, dann gehen wir aber zum nächsten Set. Das ist die 76281 der X-Men Jet, bestehend aus 359 Teilen für 85 Euro. Also das ist echt ein Hammer, wenn das so kommt. Auch hier wieder Release am 1. Januar. Vier Figuren sind dabei. Wolverine vorn im Cockpit zusammen mit Cyclops. Und unter dem Flügel sehen wir dann einmal Rogue und auch Magneto, der hier irgendwie aussieht wie so eine alte Frau. Ich dachte erst, wer ist denn das? Mit so einem pinken Kostüm und weißen langen Haaren. Aber das ist tatsächlich Magneto auch erkennbar an dem großen M auf seiner Brust. Ansonsten aber auch wirklich hier ein ganz nettes Set, das ja auch auf dieser Comic-Neuverfilmung basiert, die jetzt auf Disney Plus anläuft oder schon angelaufen ist. Ich weiß es leider gar nicht. Aber darauf basiert das hier. Wir hatten ja schon drei Charaktere in der Marvel-Sammelfiguren-Serie. Jetzt im September und hier also das nächste Set. Und im November des kommenden Jahres, glaube ich, erscheint dann auch die große X-Mansion. Das ist ja also der Auftakt für die neue Lego X-Mansion-Reihe. Auch wenn ich hier echt sagen muss, dass das wieder ziemlich komisch und irgendwie schlecht eingepreist ist. Also nicht mal 400 Teile für 85 Euro. Das ist wirklich deutlich zu hoch. Also irgendwie 50 Euro hätte ich ja vielleicht noch verstanden. Aber 85, keine Ahnung, was man dazu noch sagen soll. Da kann man wirklich eigentlich nur auf faire Rabatte warten, um sich das dann hier zu kaufen. Und dann kommen wir zum allerletzten Set für heute. Die 76282 Rocket und Baby Groot. Das Ganze besteht aus 566 Teilen und wird wohl 60 Euro kosten. Hier haben wir schon ein paar bessere Bilder, denn das Set wurde tatsächlich schon im Laden gefunden und konnte von jemandem aufgebaut werden. Ja, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Hat, glaube ich, selten so gut gepasst wie bei diesem Set hier. Also mein Fall ist es jetzt nicht unbedingt. Es sieht irgendwie eher aus wie so ein tollwütiger Waschbeer anstatt von Rocket Raccoon. Ich habe aber auch schon Meinungen gelesen von Leuten, die das ganz toll fanden. Ich finde es halt irgendwie komisch, dass die Zähne halt im Unterkiefer sind. Ich weiß nicht, ob es besser vielleicht hätte ausgesehen, wenn die im Oberkiefer angebracht wären. Und dann so, ja, weiß ich nicht, auch die Augen. Also wirklich mein Fall ist es nicht klar. Er hat halt seinen typischen Anzug hier an und natürlich zu Rocket Raccoon auch passend zwei dicke Wummen dabei. Das Highlight für viele dürfte aber sicherlich auch die beiliegende Minifigur, nämlich von Baby Groot sein, der jetzt hier nicht so eine ganz kleine Makrofigur ist, sondern eben eine normale Minifigur, allerdings mit Kinderbein, um dann eben auch im Verhältnis zu Rocket Raccoon zu passen, auch wenn ich dadurch vielleicht denke, dass er etwas zu klein geraten ist. Aber trotzdem, nette Minifigur, Rocket Raccoon überzeugt mich hier allerdings nicht so wirklich. So, jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr von den Sets? Welches gefällt euch davon am besten? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss!